QueerAid kommt endlich nach Deutschland. Go, Bär! Das ist mehr als eine Makeover-Show. Oh mein Gott! Wir kommen zu dir nach Hause und helfen dir dabei, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Super gemacht. Moin, Fab! Moin! Heute geht's für euch zu Morleen. Sie ist 18 Jahre alt. Oh! Sweet! Ich hatte das Gefühl, dass ich einiges verpasst hab. Ich hab das Gefühl, ich bin so gefangen und komm nicht raus. Der Regenbogen, wie bringt Farbe? Wo komm ich raus? Wie ist es denn mit deinen Haaren? Ich hab die letztens mit der Küchenschere geschnitten. Ich glaub, hier ist einiges zu tun. Kein Plan von Mode? Fünf, vier, fünf. Fünf graue Pullover. Hier bin ich. Es geht einfach nur darum, dass du dich wohlfühlst und dass du deinem Körper auch Gutes tust. Ich höre Haare. Marlenes Haare schrien. Ich möchte, dass du weißt, dass andere Leute dich superlieb haben und das darfst du nicht vergessen. Kann ich das Vorbild sein, was ich selbst als schwule Türkin hier hatte? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Hey, Queen! Die Vergangenheit formt uns. Ja, macht einen ganz anderen Eindruck. Aber sie gibt uns nicht vor, wo es lang geht. Wow! Das entscheiden wir immer noch selbst. Ich freue mich voll. Ich habe dich ja auch lange nicht mehr. Es ist wirklich wie ein ganz neuer Mensch. Und das verdanke ich euch. Du bist toll, so wie du bist. Wir sind ein ganz anderes. Wir reden. Wir sind überall sicher, wie wir morgen. Wir suchenچ sie mir, 's. Untertitelung des ZDF, 2020